hallo und herzlich willkommen wieder bei mir im letzten teil hat mir gerade der high eins von meinen kleinen freunden hier kaputt gemacht das aber gleich verschwunden also ich bin anscheinend nicht sein lecker schmecker schmackhofer zu essen da war mal angst dass ich irgendwas verpasst hier ich mache nur kurze aufnahmen und let's plays weil ich möchte einfach auch das spiel euch so lange wie möglich genießen lassen weil ich habe so die befürchtung dass wenn man das einmal durchgespielt hat dann ist man durch deswegen möchte ich euch so viel zeigen wie es mir geht und jetzt schauen wir mal was es hier so mysteriöses auf sich hat was war denn das für ein tier nach oben an der oberfläche gucke ich jetzt gar nicht mehr weil ich glaube da verpasst ich nicht viel okay interagieren wo was habe ich jetzt gemacht wo bin ich rein so hallo und herzlich willkommen wieder bei mir es tut mir leid dass wir hier an dieser stelle noch mal sind für euch wahrscheinlich das erste mal weil mein pc gesagt hat mit dem spiel ist irgendwas aber jetzt kann ich umso mehr die fahrt noch mal genießen und die klappe dabei halten schaut euch das an es ist einfach wunderschön es ist einfach wunderschön es ist so schön wie war denn das noch mal dass man auf den reiten kann ich weiß es gar nicht ich weiß es gar nicht ja ich will reiten auf euch das ist so schön ich glaube in dem strudel kann man gar nicht auf den reiten will ich da rein ich glaube nicht da war wieder ein läge da ist der hai ich will nicht ich habe angst wo kommen wir denn jetzt hin aber der hai begegnet uns immer wieder also irgendwas hat es mit dem hai auf sich wo ist mein mein freund ja komm noch mal her ja 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 oh wie schön ich lass dich nie mehr los außer ich muss auf klo aber wir sind hier im wasser also egal da hinten kann man wieder meditieren aber ich finde es süß wie er als sie ist das Köpfchen immer so heben und wir meditieren nochmal eine Runde da einmal meditieren oh das ist so schön oh Gott ich brauche einen es ist so schön ja dich will ich sehen also majestätisch ich liebe dieses spiel es ist mein absolutes lieblingsspiel jetzt ich weiß ja nicht wann er die folgen sieht aber wow ist das spiel geil ok wir hören auf mit meditieren und wir stehen auf ich glaube ich muss in die höhle rein aber wo ist mein mein freund mein freund ist weg ist das das ist ein neuer freund ja 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 ich liebe ihn nimm uns ein stück mit guter ja danke bin ja noch nicht so fit im schwimmen ich habe Dori gefunden hier kommt nichts müssen wir jetzt ins nichts schwimmen oder kommt jetzt gleich eine Alphawand ok da war eine Alphawand da oben ist was da ist die Muschel von der Wand die wir da gesehen haben ok ah muss ich die alle irgendwie sammeln und habe schon einen Haufen verpasst ups also ich gehe mal davon aus da bin ich doch gerade raus gekommen oder oder ach ja ja boah ist das hell ok ok ich muss doch das andere Loch da hinten ok ok wie kann ich denn so einen Boost machen dass ich viel schneller bin ne hier komme ich doch her oder jetzt warte mal ich habe mich verschwommen oder oder oh Gott es ist noch nicht mal so schwierig das Spiel und ich verstehe schon nicht ah ok ok das habe ich übersehen und rein damit und ich bin wieder leise auf Das war's. Nein, da war doch so eine Muschel. Ich kann ja nicht, ich kann nur nach rechts und links, nach oben, nach unten. Ich kann gar nicht sagen, dass ich anhalten will. Orcas. Ja. Oh mein Gott, Orcas. Wie schön. Da ist der Hai, da ist der Hai, oder? Nee, ist ein anderer. Ich habe schon Herzschmerzen gehabt. So ein anderer. He? Hä? Hä? Nee, 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 nee. Nee, nee, hier wird's dunkel. Nee, bitte. Oh nein. Ach Scheiße, ich muss ja ohne ihn durch. Ach Scheiße, ich muss ja ohne ihn durch.